Oh Gott, was ist das für ein Raum, bitte? Was ist das für ein Raum hier? Boah, da wollte ich bei der Pause keine Cola trinken mehr. Ja, wie ist es jetzt dauernd? Nee, natürlich nicht, weil mir ein bisschen Wrench fehlt. Das ist nicht gut. So, du bist weg. Ich auch noch. Auf das Gehirn spielen? Auf das Gehirn, bitte. Stirbst du jetzt bitte mal? Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. So haben wir das gewettet hier. Bam, bam, bam. So, auch noch hier. Eine Bombe. Wunderbar. Der Raum bringt mir überhaupt nichts. Außer, dass die Gegner mich nur treffen sollen. Oh, wie, warum sag ich das? Schatz. Quatsch. Komm, ich will jetzt stoppen, dass die Gehirne sollen sterben. Vernichte die letzten Intelligenzen. Ja, ich spreche ganz gerne mit Mehrzahl. Mehrzahl. Oder Mehrzahlen. So, ähm. Wo haben wir denn jetzt, so. Mams Fuß. Da ist sie. Envy, auch endlich mal wie so ein. Oder mal einen anderen Gegner als Laste. Oder. Die Lust. Aber Envy ist so ein bisschen mit Aufteilung. Und schon, ne. Ja, genau. Dann teilst du dich in vier auf. Also nochmal um die Hälfte. Dann nochmal um die Hälfte. Wenn man ja, ähm, jetzt von beiden Köpfen da abzieht. Ne, hab ich jetzt einmal die Hälfte genommen, so. Jo, ja, Mathe kann ich auch. Ja, ja, ja. Oh, Mathe. Er kann Mathe. Haten, haten, haten. Ja. Genau. So. Jetzt stirbt. Boah, jetzt stirbt doch einfach mal. Dieses, dieses nicht damage abbekommen. Das zieht ungemein alles in die Länge. Ja, danke. Oh, komm, 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 komm. Stirb doch jetzt eigentlich mal. So, drei Kugeln noch, zwei Kugeln. Eine noch. Jetzt aber. Und ne Bombe. Toll. Und ne Pille. Heaston. Ja. Ja. Da. Ja. 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 Wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen würdet, ey. ne. Ja, es ist einfach ohne Worte, ne. Ja. 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 Ich bräuchte so 99 Bomben oder sowas in der Art. könnten wir einfach den weg freisprengen oder versuchen weg freisprengen ist es immer das gute der shop zwei schlüsseln jetzt stirbt einfach mal stirbt rollen gedäme sollen mal sterben wenn ich dann weiß ich nicht jetzt schiffst du auch noch mal auch ein schlüssel ich suche den alten raum sprung man da rein ihr sollt da rein springen was sie kennt der mit gott hex und so alles mehr hack hacker genau genau noch näher letzte minute rausgesprungen ist so die letzte wilde so bomben wunderbar münzen auf wunderbar aber darum ist das ziemlich lang gestreckt so einmal für die ganze map hier ähm ja wollen wir noch wo gehen da ist kein raum mehr kann man auch wieder rausgehen oder auch nicht bleiben wir hier gefangen das ist auch nicht so schlimm weil ich krieg dich auch schon dauernd schnell so sicher noch schnell dauernd bekommen oder versuchen dauernd zu kommen komm 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 graves flüssig Carlo könnt ihr da quillt drin sein weil ich auf zwei shop drin war ja es gibt jetzt einen weg nach rubel anieter krieg jetzt gar nicht mehr da war ich gegen envy gekämpft habe stimmt ja genau stirbt jetzt einfach mal schwere bombe ist immer ganz gut aber war wort sehr hell guck mal wie das farbige kurze etwas danke zwei weg ein schlüssel könnte noch vielleicht doch noch ganz nützlich werden solange ich den poni ab kann man nichts mehr anhaben geheimen raum hier vielleicht würde ja sinn machen schon wieder münzen nein für keine münzen mehr ich brauche der match ab so gleich hier hat man der mensch auf small rock vielleicht weiß ich nicht glaube nun sehen herz wunderbar so auch nur noch nö 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 ja auch auto oder draußen so jetzt stopp noch mal shop ja immer eine andere richtung so jetzt stopp noch mal shop doch mal ja und gleich danach immer gezähmt ist meine gute erst stoppt doch mal du bist so dauernd danke 14 münzen na ja der einmal rein effekt sie glauben in zeit ja dass ich nicht dass wenn ich getroffen werde das links wollen das war aber schneller abschied du wer ging was das oder mann fuß so weg komm was fuß das kostet auch immer wir sind zu spät aber na gut hast du ein bestes getan mann fuß immer dahin wo ich nicht bereit bin tote winkel schade 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 ich hoffe so wird es klappen ich mache übelst wenig damage ich weiß ich lege ja auf wie genau meine letzte sekunde ja fuß kommt zu spät natürlich kommt die fuß immer zu spät ja platz mal auf danke ich könnte ruhig verschwinden ich brauche ich nicht komm 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 das glaubst ja warum nicht so ja die genervt ne komm komm gib mir damage ab bitte den ich ja wirklich zu trinken bräuchte ach guck schon hälfte dauernd wenigstens etwas was isaac nein ich bin maggie so oh isaac oh komm stirb doch einfach mal oh wie lange denn noch bitte stirb doch jetzt bitte es ist wirklich der damage ab der fehlt bei maggie ja ich weiß ich könnte bomben einsetzen aber na gut ja längste mal im kampf überhaupt ja das passiert einfach wenn man kein damage abkommt das ist das problem aber das ist ja recht dauernd ach komm 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 ja genau ja noch komm 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 oh hp upgrade Leah häpeat Gut, dann auf zum Roterosnähe.